Nach Liebes aus, Gisele Bündchen Alten Toaster Gisele Bündchen, 42, macht Platz für Neues. Vor einigen Wochen hatten das Model und NFL-Star Tom Brady, 45, bekannt gemacht. Was bereits seit längerem stark vermutet wurde, der Sportler und der einstige Victoria Secret Engel haben sich scheiden lassen. Berichten zufolge habe sich die gebürtige Brasilianerin bereits nach einem neuen Zuhause umgesehen. Jetzt startete die Beauty ein neues Projekt und trennte sich von weiteren Dingen. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die 42-Jährige vor ihrem Haus in Miami ihren gebrauchten Toaster entsorgt. Der neue glückliche Besitzer des Küchengerätes ist ein Jiu-Jitsu-Trainingskumpel der Beauty, der sich über das Geschenk zu freuen scheint. Gisele wirkt auf den Schnappschüssen gut gelaunt. Als sie sich mit ihrer Freundin unterhält. Die Trennung von Tom soll Gisele gut verkraftet haben. Obwohl die Scheidung für sie zu Beginn nicht leicht gewesen sei, habe sie sich jetzt bestens mit der Situation abgefunden. Sie hat jahrelang ihr eigenes Leben geliebt. Während Tom Football spielte, also hat sie keine Angst, Dinge selbst zu tun, erklärte ein Insider gegenüber People.